Man muss halt das, das kapieren mit den Stockwerken, wo jetzt die Ziele sind. Ja, am Anfang kannst du ja an zwei Stockwerke gehen. Das verwirrt halt. Tom? Ja, guck mal. Ich glaube, du rätst in die falsche Richtung. Würde mich, aber du meinst. Ey, Tom, aber das Beste ist ja, zeig ich dir jetzt dann mal. Ey, wo ist denn das Haus? Bin ich jetzt dran vorbei? Ne. Halt auf. Wasser läuft mich. Ja, ich bin detected, super. Na, komm mal mit. Wollen wir das mal wie Gentleman angehen, oder? Durch die Haustür. Liegen. Na, komm, wir liegen, ja. So geht, ja. Warum, da? Ja, geh mal, du rein, ich tue da mal Kini putzen. Mein Verrückter. Das ist doch bei mir, glaubst du, das ist ein Eingang. Ja, das... Zurell und hoffen, dass es keine Miniums erklegt. Oh, ich hab mir auch das erschönten. Schau mal eine Ausstattung für jedes Waisenhals. Ich bin jetzt, wo bin ich denn? Oh, ich hab ja ein Ziel. So, ich kriege mal eine Bombe. Das war mir jetzt gerade ein Gegner. Oh, der Weser-Schanken. Durchkreuzt. Oh, der wird beschossen. Uaah. Da tut er der 2nd Flo. Er über mir ruckelt. Also ich hab einen drum, klott. Ja, ich... Pilesender. Das bemerkt, heim ich mal, bitte. Du hast denn schon was ge... Da ist ein Hände mehr, übrigens. Also ich weiß nicht, ob er es noch ist. Ist aber nett, dass du zu mir herrennst und mir das dann rauskommst. Das schüttet er, weil er heilensteigt. Oder bin ich einfach... Ah, du bist ein Minibox. Äh, jetzt müssen wir schauen... Äh, Exit? Wo ist denn hier das Treppenhaus? Da ist das Treppenhaus. Ah. Ich mach noch ein paar Alarms, jetzt. Ja. Du bist nicht. Man kommt aber noch nicht rein. Ins Zweiten. Nicht? Da müssen wir in den Typrestock abhüpfen. Okay, geh mal. Du hast nicht Strike Attack... Äh, Attack. Dann sind wir wahrscheinlich schon im richtigen Stockwerk. Ja. Ich geh links, du gehst rechts. Schauen wir mal, was es hier gibt. Hier ist er zum Hocken. Hier ist er rechts, nix. Gut, dann geh du zum Hocken rein, ich mach die Sticky Cam. Dann kannst du das Hocken anfangen und wenn in dem Moment, wo einer reinkommen will, dann wird er wieder begeast. Ich hoffe mal, dass das nur eine Tür ist. Kannst du schon hocken? Benutzen. Nein, das ist aber nicht, ich darf es nicht mehr holen. Ich kann hocken. Er schläft, ok? Also, ich mach das, ich bin geschossen. Ich hab ihn angegast, der liegt jetzt am Einkommen. Ok. Ok, er schläft noch, komm gleich raus. Stehen Sie denn? Er steht jetzt auf. Jetzt kommt er zu dir. Das ist kein Problem. Das ist kein Problem. Cool, einer hat einen anderen umgebracht. Vor meinen Augen. Ich glaube, bin er ich jetzt. Jetzt bin ich schon drin. Aber irgendwie soll ich gar nicht ausgehen. Oh, das ist halt noch was, ne? Soll ich jetzt grad nicht da hin? Soll keiner laufen jetzt mehr. Also, ich bin jetzt da an dem zweiten Stock. Okay, dann komm ich auch mal hoch. Ah, da muss man die Disks klauen. Und mal auch hin. Du bist jetzt unter mir. Kommst du rauf? Du bist jetzt unter mir. Wir sind Treppenhauskleider neben dir. Kommst du, dann kann ich dir helfen. Kommt der? Ja, hier. Ja, okay. Geh schon mal zu. Er geht zu. Ich... Okay, ich hole mir die Kamera wieder. Ne! Da kommt der Gegner. Du hast ihn nicht gesehen, weil ich nichts ankappt habe. Sie sind ned so knapp. Hat er noch so fix. Arb er hat mich tot. Er hat mich tot. Er hat mich tot! Geh gleich zu! Er sieht dich doch. U filmed mehr! Oder auch nicht! Jetzt hatte ich ja auch модelt! Was bauen wir denn mal unten? Eh Taxonvensdddauke! Fundament! Ah, Stefan hat jetzt gar ne Eingebung gehabt, aber das war ne Mini. Bist du irgendwo in der Dings, Hauptteil ist da ein Mini-Kit, oder? Bist du auch tot? Bist du tot? Ja. Gut. Der hat ja gerade eine Mini-Kit und ich wollte da kein Drach springen und hat jetzt die Mini lassen können und hat uns beide zerstört. Ne, ich bin in eine offensichtige Mini rein gerannt. Ne, ne, ja. Aber wir haben sowieso in... Na und in? Ich geb an dein Arsch. Statt einfach in-fragable. In-fragable. Muy-bué, na, muy in-fragable. Ich denke ich geh jetzt nach außen, kann das sein? Ja. Also wir treffen uns oben, oder? Ja, komm. Irgendwann ist der Zwergina und wir vorbeigehen. Ja. Hoffentlich kann ich's selber machen. Ich bin direkt hier hinter dir. Äh... Jetzt mach einfach schon, sie zieht. Sie fixen einmal! Also da wird's... Gott, einer müsste angegast sein und mich hat ein Block gehabt. Also, Verfolger abgehängt. Ich bin froh. Wir wissen, was das Ziel ist. Das Ziel vorbeigeht. Das ist die Festplatte. Die ist irgendwo hinter so einem Gitter, glaub' ich. Ach, da kommen die Eckner. Draußen auch. Und wie komm ich denn dahinter? Ja. Um hier zu schauen. Ich weiß es nicht. Wie die nix süß sind. Wie ich nix rette in deinem Spieler. Oder rechts. Da ist irgendwas. Ah, ne Mine! Hätte auch danach zur Teilne-Felden-Mine. Ist wohl ein 2-Tracker oder so. Ja. Fix nochmal. Ich muss ein bisschen mehr aufpassen hier. Hast du mein Kissen? Ja. Muss ich mich hier auf die Decke abstützen. Zwei Minuten noch. Ich bin fast da. Aber da steht halt einer. Ich kluck's mal nach außen vielleicht. Bring dir das irgendwas. Ja, da steht ein Gegner, oder? Bei dir. Bei dir. Wie ist die noch da? Du hast doch einen Herzschlau, oder? Ja. Könnt' ich dich jetzt auch einsetzen. So. Ey, ich renn mutz'n scheiß zusammen hier. Das ist nicht alles bei mir. Das ist aber hinter mir. Ah, ich bin ein Treppenhaus. Wir kommen auch. Ich werde mich nicht zu zweit. Vernichten. Hier ist es bei mir. Ist das irgendwas? Das mach ich gleich mal. Platt. Laser-Mine. Okay. Ist noch eine Gift-Mine. Der steht halt direkt vor mir. Ich glaub das ist alles frei. Ja. Ja, ich glaub in meinem Treppenhaus ist alles bloß und vermint. Ah, ich bin hinter ihnen wahrscheinlich. Wir müssen dann den ganzen Weg nach Zug rennen. Ich muss eigentlich was nehmen. Ja, hast doch du schon. Ja. Ja, ich komm in die andere Flucht direkt. Ja. Ja, ich komm in die andere Flucht direkt. Ja, ich komm in die andere Flucht direkt. Ja. 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 Wieder den ganzen Weg zurück, weiß ich zum Ursprung. Dann komm in die da oben irgendwo raus. Dann muss man da zurücktreten. Ich bin hinter dir. Ja. Ja. Ich weiß ja, wenn du es als Familie bist, würde ich sagst. Nee, so war das andere nicht. Ich hab ja alles entschärft. Ich bin jetzt ganz unten. Wo bist du denn da lang? Ich bin eigentlich schon draußen, oder? Ja. Nein, ich bin im Innenhof. Scheiße. Ja, das schaffen wir nicht mehr. Können wir nur ein paar Gegner töten. Geld? Ja, innen hoch war die falsche Richtung. Ja. Innen hoch war die falsche Richtung. Ja. Ja, auf dem gewonnen. Echt? Ja. Juuu. Wien. Wien. Juuu. Wien. I see. Wiener. Ich weiß nicht. So, ich brauche jetzt hier gerne Glück, dass man Gegner findet, Mine nach hinten war. Wichtig ist, dass du irgendwo nicht zu viele Minen legst, weil wenn sie es nicht auslösen und ein zweites Jahr reicht, dann kannst du es wieder einsammeln, damit du welche liegen kannst. Also, ich.